Korrodierte und verkalkte Leitungen können in Wohn- und Gewerbeobjekten Unannehmlichkeiten und große finanzielle Schäden verursachen. Die Firma Lüber System bietet seit über 30 Jahren professionelle Lösungen im Bereich Kalk- und Korrosionsschutz an. Die vom Schweizerischen Verein des Gas- und Wasserfaches zertifizierten und von unabhängigen Instituten geprüften Anlagen schützen Trinkwassersysteme und Heizsysteme in öffentlichen Bauten, Hotels, Mehrfamilien- und Einfamilienhäusern zuverlässig vor korrodierten Leitungen, Rost und vor Kalk. Unsere Kunden sind Immobilienverwaltungen, Eigenheimbesitzer, Kantone und Gemeinden mit öffentlichen Bauten wie auch Besitzer von gewerblich genutzten Gebäuden und Hotels. Die Produkte von Lüber System werden bei Neubauten wie auch bei Renovationen erfolgreich gegen Kalk und Korrosion eingesetzt. Schützen Sie Ihre Anlagen vor Kalk und Korrosion mit den vollautomatischen und wartungsarmen Lösungen von Lüber System und vermeiden Sie teure Sanierungen. Schützen Sie Ihre Sanitärinstallationen und genießen Sie sauberes und gesundes Wasser mit Lüber System. Schützen Sie Ihre Anlagen vor Kalk und Korrosion